Utthita, Samakonasana, ist die aufgerichtete Winkelstellung oder auch stehende rechte Winkelstellung. Es ist die Bezeichnung für drei verschiedene Asanas. Zum einen aus dem langen Sitz heraus, gib die Hände auf den Boden und hebe die Beine hoch. Hier hast du Samakona zwischen Rumpf und Beinen und du hast diese aufgerichtet. Die zweite Variation ist aus der Samakonasana, aus der Upavishta, der sitzenden Samakonasana-Stellung, also aus der sitzenden Grätsche, gib die Hände auf den Boden und hebe von hier aus die Beine hoch. Das ist sehr anstrengend. Die dritte Variation ist weniger anstrengend, erfordert aber mehr Flexibilität. Aus dem Stehen heraus, grätsche die Beine auseinander und beuge dich nach vorne. Das ist Utthita, Samakonasana, die stehende rechte Winkelstellung und auch die stehende Winkelstellung, die eine schöne Übung ist, um die Grätschflexibilität und damit die Abduktionsflexibilität in den Hüften zu entwickeln. Das ist Utthita, Samakonasana, die Stuttgart, die den Stuttgart aufbauen.